Manchmal ist es natürlich doch verkehrt, so wie jetzt im Moment gerade. Ich bin mir immer zu langsam gewesen, wenn ich geahnte, dass der Typ Solarmee langfährt von rechts. Nach vorne sind die Bullen, dass wir keinen guten Eindruck machen, wenn ich jetzt hier rüberrasen. Na, der hat mir die Vorfahrt geraubte Bulle. Habt ihr das gesehen? Ja. Habt ihr das gesehen? Die Polizei raubt mir die Vorfahrt. Ja, ja. Ja, das weiß ich nicht. Ja, das weiß ich nicht.